Die bezaubernde Jasmin Minz, bekannt aus alles was zählt, ist erneut schwanger. Die 31-Jährige hat auf Instagram ein süßes Babybauchfoto gepostet und verkündet strahlend. Die letzten Wochen war es etwas ruhig hier, ich war einfach so müde. Jetzt wisst ihr warum. Baby Nummer 2 kommt. In einem exklusiven Interview mit Bunte verrät Jasmin, dass sie bereits im fünften Monat ist. Die Schwangerschaft war für sie und ihren Partner eine wunderschöne Überraschung. Es war zwar geplant, aber wir hätten nicht gedacht, dass es so schnell klappt. Für ihr zweites Kind plant Jasmin eine längere Auszeit von ihrer Rolle als Kim Steinkamp in der beliebten TV-Show. Ihre Fans müssen sich also auf eine kurze Pause einstellen und die Kommentare unter ihrem Babypost sind dementsprechend gemischt. Wir werden dich vermissen, aber es ist für etwas ganz Wundervolles. Herzlichen Glückwunsch! Nach einer Fehlgeburt vor der Geburt ihres Sohnes im Jahr 2022 ist Jasmin nun überglücklich, wieder schwanger zu sein. Die ersten Wochen waren etwas schwierig und voller Angst. Aber jetzt überwiegt einfach nur die Vorfreude. Bleibt dran und verpasst nicht die neuesten Updates von Jasmin Minz. Es gibt noch so viel mehr zu erfahren.